Kennt ihr diese Fragen? Wie definiere ich, wie kriege ich einen größeren Bizeps, wie kriege ich schlankere Beine, wie kriege ich ein Sixpack, wie kriege ich breitere Schultern, wie kriege ich einen breiteren Rücken etc. etc. Da gibt es natürlich wieder im Netz diese Experten, die sich Personal Trainer schimpfen, weil mittlerweile darf ja jeder Vollpfosten sich Personal Trainer schimpfen und erzählen, wenn du die und die Übung machst, bekommst du einen definierten Bizeps, Pektoralis Major, Delta Muskel, also seitliche Schultermuskulatur etc. etc. Leute, lasst euch nicht mal so einen Scheiß erzählen, weil ohne Kaloriendefizit und ohne dementsprechende gute Nährstoffe in Kombination mit einem guten Trainingsplan, auch Cardio unter anderem ist erforderlich, wird das Ganze nicht funktionieren. Also sucht euch jemanden, der richtig Plan hat, der ehrlich zu euch ist, der dementsprechend das Ganze auch lebt und auch wirklich definiert ist und euch nicht irgendwie den Himmel auf Erden verspricht. Ansonsten könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich bin gerne bereit, euch zu helfen.